Ne, wir haben ja das Second-Pick. Ja, wir haben nur Second-Pick jetzt. Jetzt kommt das First-Punk. Fertet ihr First. Das ist egal. Haben sie Pech, wenn sie nicht gecheckt haben. Oh, die Gegner haben noch keinen Captain. Was ist da los? Ist die Random den Captain? Oh Mann, muss das frustrieren sein? Ja, na gut, aber wir wurden halt schon genauso überfahren in den Games. Ja gut, komm, wir müssen wieder... Das Team würden wir wirklich noch nicht überfahren. Ein paar Adressen müssen wir rausbannen. Was müssen wir da bannen? Disruptor ist auch scheiße. Ne, warte mal. Disruptor ist egal. Disruptor ist egal, der stirbt weg. Shadow Demon? Alles was green ist, können wir den lassen. Gib den keinen Dazzle und gib den keinen Trend. Alle drücken R und das ganze Gegnerteam stirbt. Das ist der Plan. Alle drücken R und das Gegnerteam stirbt. Und was kann dagegen gut sein? Ist YouTube schon live? Ja. Ist YouTube live? Alter, ich schwöre, es gibt so viele krasse Retards wie dich. Wow. YouTube schon live. Ey, du kriegst ein Retard im Reward geschenkt. Warum mit dem Fetch Rider raus? Nehmen wir den Silent Sight? Jetzt ein global Mensch mit Aga-Nims. Ja. Na, ich würde erstmal gucken, was wir noch bannen können. Vielleicht... Alles was irgendwie banished und dadurch... Ich würde Shadow Demon rausnehmen, falls wenn ich Radis Spectre spielen. Shadow Demon stirbt sofort weg. Erst mal mit den Gegnern nicht shattern. Ist schon okay. Lass den Shadow Demon... Geh nimm aber Trend raus, weil der halt zu viel weghielt. Trend... Aber... Naja, gut. Du kannst doch... Du kannst doch, wenn du willst... Ja? Du kannst doch sagen, dass halt, ja, wegen Ice Blaster ist Franchise egal. Dann wäre die Argumentation im Grunde, gib ihnen keinen Cent. Wir spielen Cent eh nicht, ihn hat viel zu viel AP. Ah, ich brauche... Ich vertraue auch Metlove noch nicht ganz, dass er jede AA-Ulti trifft. Was? Wow. Oh Gott. Das hat mir ein bisschen weh, das zu sagen. Wer soll denn was spielen überhaupt? Das wissen wir noch nicht. Also Furion haben wir schon mal zugeordnet. Ich würde die Spectre auf jeden Fall spielen. AA, Spectre, Furion haben wir. Warum ist Allstate angeändert? Der ist nur Cake, weiß gar nichts. Ich finde Cake hat recht. Ich finde nicht, dass Cake recht hat. Ich weiß noch nicht, ob Cake recht hat. Da trennt sich die Meinung des 4K-Pools vom 3K-Pool. Wow. Wow. Äh, was picke ich denn als erstes eine AA? War das Kevin? Was? Nein, ich habe Wuchtus, oder? Was? Was ist das? Wucht, dass der gegangen ist. Oh, lol. Klassisch habe Wuchtus. Klassisch habe Wuchtus. Ähm. Siehst du, ich hab das Sacken... Egal. Okay. Nicht so dramatisch. Trend wäre auch scheiße. Weil der ist ein Pipe-Bauer. Das ist so das... So, was können wir denn noch? Also wir haben AA, Furion, Spectre, Zeus. Auf jeden Fall Doom raus schmeißen, weil Doom raus schmeißen. Weil Doom raus schmeißen. Äh. Die kommen aber nicht global. Skyrath. Die sind nicht global. Die sind nicht global. Naja, doch. Gyro schon. Gyro kann überall. Ist schon tatsächlich global. Aber ganz ehrlich, wir können da einfach eine Spectre spielen. Sie sind halt auch ultra-random. Obwohl, ich weiß nicht, so ein Gyro mit. Das geht schon klar. Willst du einen Space Cow als Lastpick machen, aber der trifft halt nur einen Kerl. Ja. Bucktus wieder, alles gut? Was? Das war nie alles gut. Es war noch nie irgendwas gut. Wir können auch einen Chen spielen. Chen? Just saying. Mein Chen ist ein bisschen eingerostet. Ja, aber Chen ist nicht offensiv. Mein Chen ist ein bisschen eingerostet. Das ist mit denen, die nicht offensiv sind. Ach, wir wollen schon wieder offensiv gehen. Waste. Ja, nicht offensiv mit Trilands, sondern einfach der... Der macht keinen Schaden an gegnerischen Helden mit Ulti. Spirit Break erzielt das. Wir haben jetzt schon mal den Furion, ne? Der ist ja relativ potent. Wir holen Furion jetzt. Das ist ne gute Gelegenheit. Dann bunne ich jetzt noch den Doom. Den wen? Doom. Doom, ja. Doom ist kacke. Brew ist wahrscheinlich auch nicht so cool, wenn die den kriegen. Aber... Er macht halt... Er macht halt Delta Split. Wenn wir den Invoker noch nicht mehr spielen können, können sie aber auch können. Aber wir können ihn eigentlich den Invoker jetzt mal wegnehmen. Warum sollen wir den gegen Zeus lassen? Der gewinnt gegen Zeus die Lane. Easy. Und ist eigentlich egal, was für eine Mitte die picken. Die ist squishy gegen uns. Aber es fehlt halt noch ein letzter, ne? Wie ein letzter fehlt? Ein letzter, den wir picken. Wir haben vorher noch nicht die Spectre. Hä, wir haben doch zweis noch? Spectre? Ja, das sind vier. Das sind vier. Genau. Ah, wir haben Spectre gemacht! Nein! Okay, was machen wir jetzt, Jungs? Nein! Wir können immer noch normal draften. Wir können immer noch normal draften. Weil wir haben mit AA und Furion zwei ganz normale Picks. Alter. Wir können halt noch... Wir müssen nicht retaliate gehen. Wir haben das erkannt! Wir haben die einmal die vorigen draften zu denen... Die YouTube-Aufnahme gesehen! Ganz ehrlich, wir können nochmal Booktusk spielen. Wir haben eine Apparition. Wir nehmen uns noch einen, äh, Woodoo Heal wieder dazu und dann... Ah! Nicht so stark! Ich glaube, ich würde jetzt eher was normales spielen. Äh! Ist nicht so stark! Wir haben den ganzen Chilling-Touch-Damage! Stimmt eigentlich auch! Wollen wir nochmal Booktusk spielen? Das würde ich aber aufsparen. Hab Vertrauen in den Booktusk. Wenn die das nochmal sehen, drehen die sich aus. Dann werden wir auf jeden Fall kein First-Blood-Mitte bekommen. Das kann ich immer sagen. Aber die Visit steht da ziemlich stabil, ne? Ey! Ne, aber nicht! Wir smocken hier hin! Wir smocken hier hin! Wir smocken hier hin! Wir smocken hier hin! Wir fehlen denn hier zwischen den Tauern! Damit rechnen die nicht! 5 seconds! René! Snipe sie schon zwischen den Tauern weg! So random! Resolve die! So normal eigentlich! Wir können halt immer noch irgendwelche coolen Sachen spielen. Wir können halt auch was normales spielen. Aber wir können auch Booktusk spielen. Nein, die macht den Booktusk! Das funktioniert super! Wie wärs wenn Booktusk mitte spielt mit Patsch? Wow! Your turn to pick! Was ist das so? Die wollen die Säbeln! Die Säbeln mal nen Schneeball, du! Ja lass doch einfach den Booktusk holen wir schon mal unten Zeus! Nein, ich würde ihn als vierten Pick machen! Weil sie werden ihn auf keinen Fall selber nehmen! Und... Ja, aber der Booktusk wird uns wahrscheinlich noch gebannt! Naja, aber hä, wieso denn? Wir haben jetzt noch zwei Picks! Nimm den Zeus! Ne, ich nehm den... Zeus kannst du Lars picken! Zeus kannst du wirklich Lars picken! Ja, ja! Aber ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch Zeus spielen will! Also ich muss ja nicht! Ja eben, deswegen auch sowieso Lars picken! Weil dann können wir uns das offen lassen, die Option! Dann spiel ich lieber jetzt nen Pack! Ähm... Willst du mich zuerst den Voodoo? Doktor sichern? Ja! In Witch-Dock, ja auch! Wo du erstmal die zwei wichtigen Helden... Witch-Dock! Willst du echt jetzt noch einen Toast? Warum denn nicht? Das Ding ist, das Ding ist, wenn sie jetzt nicht picken, dann haben sie auch... Sie haben jetzt nur ein Pick Zeit darauf zu reagieren halt! Eine ganze Saison gespielt mit so einem arroganten Stück Kot wie Muffins und dann... Wow! Ja, komm, die Aussage gerade, das war doch mal wieder full retarded! Was? Mit dem All-Jet-Flame! Also ich find, Evil Muffins hat recht! Mit All-Jet-Flame? Ja! Nein! Es ist unmannert! Nein! Ich find das auch nicht geil, wenn Papa das macht! Es ist nur... Doch, ich find das extrem geil! Ich find das nur unmannert, wenn man die Gegner damit provoziert! Und das hab ich ja nicht getan! Your turn to pick! Ja! Ja! Das bringt denen nix! Warum nicht? Wenn sie eisscharf sind! Ähm... Bis die das Cent-Ultimate haben? Weiß halt nicht! Wollen wir den Booktust nochmal spielen? Ich will den eigentlich nicht spielen, weil sie werden's halt genau... Sie werden's jetzt halt wissen so, dass das was spielen geht! Ja, wissen heißt halt nicht, dass es ihnen was bringt! Ja doch! Sie draften halt! Sie werden sich jetzt auch noch hinstellen, die letzten Idioten! Die werden genauso verreckt wie der Link wie eben gerade! Wollen wir den Ogama-Carry spielen? Ich dachte halt eher eventuell an was wie ein Juggernaut oder so irgendwas! Jugger funktioniert nicht gut mit denen! Jugger haben wir keinen Reliable Stun! Ja! Ah! Dann guck ich halt! Also wir spielen AA in der Mitte! Jonas, wir sind jetzt nicht hierher gekommen, um die letzten zwei Siege zu holen! Achso! Wieso? Weil wir auf YouTube beschweren sich schon immer, dass wir nur verlieren! Und dass wir immer die ganze Zeit gerackt werden! Was war seine Bezeichnung? Lappenbande? Lappenbande! Ist auch völlig nachvollziehbar! Ja! Wie süß bei Lappenohren! Wie viel Lappenbande! Wer hat ihr zu genannt? Wer hat ihr zu genannt? Irgendein YouTube-Viewer! Aber das kann ich auch nachvollziehen! Ich dachte schon, es wäre ein Madlog-Fake-Account, aber das scheint ein langjähriger Viewer zu sein! Nein! Wow! Wird nicht angesprochen! Madlog hat mich schon mal anders geflamed! Hat mich schon... Detail Fast ist gleich Fake unter irgendein Rampage-Video geschrieben! Ich hab mich noch nicht mal versteckt oder so! So! Welchen starken Carry nehmen wir den jetzt raus? Huuuuh! 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 Was ist damit? Naja, ein Luna wäre zum Beispiel kacke! Hoher Magical Burst Damage! Das ist ziemlich unangenehm für uns! Das ist aber... Da ist Gyro noch schlimmer! Weil an den rollen wir dran! Und wenn der dann sein Dings anmacht... Seine Barrage hat mir ganz viele Ziele auf die sich verteilt! Nicht so gut! Na gut, das tut auch nicht! Oh! Auf die Queen of Pain hätte ich ja Bock gehabt! Solche Ärsche! Ich hab so lange nicht mehr Crab gespielt! Ne, wir spielen keinen Global mehr! Ähm... Euch ist auch bewusst? Was ist denn da? Backtrick gebannt! Achso! Ja, sie haben uns das Backtrick gebannt! Wir können nicht mehr! Dass diesmal der Tusker den AA zumindest nicht mit reinnehmen darf in den Snowball! Max mal die Hütstung! Ja! Warum? Weil AA nicht rein! AA soll nicht rein! AA soll ja nur Chillic Touch verteilen und eventuell jemanden freeze'n! Oder Coldfeed einfach! Oder Coldfeed einfach! Das kann ja auch von Distance! So, die brauchen noch einen Carry! Welchen Carry nehmen wir? Ja, hängt halt davon ab! Du kannst AA mit dann mitnehmen, wenn es klar ist, dass die Gegner weit weg kommen! Weil jede Held, die wir nicht reinnehmen, bedeutet weniger MS auf dem Ball! Ja, trotzdem! Was habt ihr vor als Last Pick? Irgendwas Mitte! Irgendwas Anti-Pushmäßiges Mitte! Ich weiß halt nicht was! Furion müsste dann fast Safelane gehen, wa? Ja, Safelane genau! Wir sind aggressiv! Da steht er ganz gut! Außer die versuchen das zu dodgen und die gehen aggressiv! Ja, ist möglich! Aber ganz ehrlich, wir brauchen viel mehr Level als wir auf den Helden! Und Leute brauchen noch Farm auf Raster und Visage! Wir brauchen es nicht! Uns ist egal! Wenn sie das machen, crippeln sie sich! Wieso muss ich mich auf Lastsitz konzentrieren? Oh, scheiße! Wir brauchen irgendwas, was ein bisschen Anti-Pusht vielleicht noch! Eventuell an SF gedacht! Oder ein Puck halt tatsächlich! Wäre halt geil, wenn du einen Profil nicht draufhörst! Ist Jonas, ne? Boah! Nimm den Puck! Also es ist ein Safelane-DK! Wäre halt cool, wenn du Panda könntest! Ah, ich weiß nicht! Ich hab halt seit dem Patch-Panda nicht mehr gespielt! Davor hab ich auch viel Panda gespielt! Auch Mitte aber! Was schaffst du noch? Ich glaube nicht! Muscle Memory oder so! Das Ding ist ja jetzt ein Puck-Mitte! Tinker, kennst du Tinker? Tinker kann ich spielen, ja! Oder Grobe! Fände ich auch nicht schlimm! Grobe funktioniert auch gut, ja! Grobe kann uns nicht aufpassen! Grobe kann uns nicht aufpassen! Ja, ja! Remaining! Hm? Nimm mal ne Grobe! Na gut! Schickst du ja hin, oder? Bottle-Crone machst du doch, oder? Ja, ich spiel doch Decay! Wir gehen auf deren- Warte, wohin gehen wir? Wohin gehen wir? Das muss doch kurz erklärt werden! Wir gehen in deren- Ich dachte, ihr geht hierhin? Äh, ja genau, wir backstappen von da! Wollen wir's echt machen? Ich find's eigentlich schlechter! Ich würd persönlich lieber auch direkt auf deren Choke- Na, das Problem ist, ihr kriegt den Puck halt nicht- Also kommt halt darauf an! Wenn der Puck richtig dumm ist, Wenn er richtig dumm ist, dann skillt der kein- Skillt der Facetift, bevor er in die Lane geht! Wir nehmen aber diesmal jeden mit! Und wir gehen, ähm- In deren Wald, oder wie? Wir gehen in deren Wald, ja! Über- Über Roshan, so? Über Roshan, ja! Durch die Mitte direkt! Wir haben ja einen Smoke gemessen! Okay, 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 okay! Äh, jeder heißt, ich soll auch mit? Ja! Du kannst ja wieder back! Wir sind ja nicht lange da! Gut, dann skill ich mal nix! Und TP jetzt mal hoch! Ach, du hast jetzt gekauft! Oh Gott! Ja! Ja! Los, los, los! Yalla! Wie denn eigentlich keine Rolle, wie wir laufen? Obso wir laufen hier dann! Hier hin! Wird grad im überlegen! Oder weißt du was? Wir laufen doch! Sag, wir sind grad schon so nah! Bin ja auch so laufen! Das ist sicherere Route! Lauf und wechseln sich die Choke hoch! Äh, wer muss davon her? Der Witchstock muss eigentlich davon her! Wir müssen noch minimal warten! Ja, wartet mal bitte, dass alle... Wartet... Wartet... Ja, aber wartet mal, dass alle zusammen sind! Jetzt können wir losgehen! Steht alle bei mir in der Nähe, dass ich euch... Okay, Prophet kann glaube ich wieder gehen! Wir haben ja noch keinen gefunden! Ja... Ah, da sind sie, da sind sie, okay! Das sind unsere Gegenden, das sind sie, die Schuze! Die werden nicht falten! Ja, dann gehen wir weg! Die werden nicht falten, ja, die wissen schon wie es ausgeht! Wollt ihr in den Mots passieren oder so? Doch, hab ich! Dann brauchen wir hier einen! Oh! Ins Camp, ins Camp aber so, das blockt! Hier! Ja, gut! Ja, ja! Okay, dann lass mal schauen, ob wir hier lang zurückgehen können! Ich hier auch noch eins! Warum blockt ihr das Camp? Der ist zu obviös, glaube ich! Ah, warte, du musst das Camp blocken! Ähm... Ah, du bist da mit Clubbord hier! Lass sie doch pullen, dann klären wir die da! Er geht hier nicht rein! Ich mach ihn da rein, da! Vermuten sie ihn nicht! Okay! Okay! Lass hier verstecken! Lass hier verstecken! Warte! Block, block, block! Tuska, block! Super! Warte, das macht keinen Sinn! Egal! Komm rein, komm rein, komm rein! Willst du mich verarschen?! Komm rein! Komm die ganze Zeit hin und her! Ja, lauf halt hin und her! Oh, schön, der Park hat nicht geblockt! Vielen, ne, ne, okay, guck es nicht! Guck es Mitte! Und die First-Plot-Potenzial, ja! Direkt draufrollen, wenn wir jemanden sehen, oder? Der hätte ich noch ein bisschen näher, sonst sind wir hier auch... Äh, die haben mal geblasst! 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 Wir haben ja noch den ganzen Kask! Und der ist ziemlich lang! Und der ist ziemlich lang! Ich würde sagen so! Level 1 mittlerweile! Aber natürlich! Aber wir müssen den mal wirklich rausdrängen hier aus der Lane! Wir müssen mal die Creeps unbedingt zu uns zurückkriegen! Wir müssen mal früh anfangen zu den einen! Wir sind viel zu nah an dem Sein Tower! Sehr gut! Der ist ein Tower! Auch wenn du jetzt in Halle wohnst! Äh, der mit! Mist, die Supports oben! Ich hol mir mal schnell einen TP, damit wir auch top gehen können! Ja! Wir müssen schon drehen! Warum nicht? Wir sollten die eigentlich jetzt irgendwie umdrehen, dass wir halt top sind! Wir könnten alles TP'n natürlich, aber... Äh, wenn ihr das mit dem Kill verbindet, ist das in Ordnung! Hier ist ne Invis in der Mitte, lass mal hier, äh... Ne Invis in der Mitte? Ja! Scheiße Icefrog! Wir laufen damit! Ich würde die Invis nehmen, dann machen wir hier Smoke und dann... Ja, mach! Äh, nur wir beide, nur wir beide, wir killen die Mitte! Ich hab auch... Hat er gesehen übrigens? Hat er falsch nicht gesehen hat? Boah, was macht er? Hat er nicht drauf geachtet! Doch! Nehm ne echte Invis noch dazu! Yes! Invisability! Boah, warte ich... Rasta ist Mist! Rasta! Du musst nur einen Silence dann treffen! Jaja, ich hab jetzt Silence erst gestrillt! Mein Deathclaw ist näher! Und dann Schillingtasch! Warte, warte aber, ne? Oh, was war denn? Wir sind Schüsse jetzt auch weg, die könnten womit nichts mehr aufziehen! Wartet! Äh... Jetzt, go! Dina! Silence! Silence! Wuh! Was? Der Mist! Das kann ich sagen! Aboliert! Fuck this game, ey! Beide Supports werden mitdesigned! Okay! Okay! Was macht ihr denn? Ich schwöre, Aron Jesus, er ist heute gegen uns! Wir haben ihn provoziert! Wir haben ihn provoziert! Warum? Was habt ihr getan? Alter! Das war doch... War das... War das... War das mein... Nur mein Hiss, oder eure auch? Wir können das jetzt... Äh... Mit den drei Helden... Können wir gegen die drei Helden spielen, das ist okay! Sollen wir das echt so spielen, oder soll ich auch kommen? Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Ich habe ihn gesehen! Aber natürlich! Und ich habe ihn gesehen! Wir haben schon ein bisschen Schiss, ne? Vor allem... Sollen sie auch! Oh, hirpfe ich wieder gut? Und natürlich! Natürlich! Gib ihn doch! Gib uns doch mal den... den Bonus-Damage! Wenn du ihn früher gibst, ist er halt tot. Gib Bonus-Damage! Das hat alles Magical-Damage, das brennt... die Brennt in den Kopf... Ich würde so sagen... Brennt ihn! Wer kann denn Bonus-Damage geben? Ja, Parision! Er hat einen Stout-Shield, ne? Ach du, jetzt bin ich Coach-Field-Aversion. Wollt ihr jetzt zwoppen oder lass nicht? Ich würde jetzt mal mit Buktus... Buktus, komm hoch! Ja, Buktus, TP hoch und dann... Bnetus Prophet, TP mit TP-Bot. Okay, ich komme. Ja, erstmal mit Buktus nur hoch. Und dann ne Kill und dann's gut. Ah, nice, die Creeps sind hier. Ist gut. Gut? Aber natürlich... Die haben das eh gesehen! Warum sollte ich... Sehr gut! Die ist das doch ein... Achso, du hast in Cent... Du hast in der Range von Cent ge... äh... Nein! Aber natürlich haben die's gesehen! Ich bin unten die ganze Zeit Lars hitten! Full AP und alles... Warum? Und... Und... Wir können... Wir können schon killen, was wir sehen im Grunde. Im Tower? Ja, auch wenn die Creeps im Tower sind, kein Thema. Weil wir kein Akro erstmal haben. Ich bin unten... Ich bin unten... Nein, nein, Kurier! Bleib mal nah an dir, damit ich direkt eingepackt werde. Wir haben alle weg aus der Topplane! Alle weg! Ihr müsst bitte ganz gut aufpassen! Cent ist schon level 6, also passt auf, oder? Ich geh' weg! Ja, ja, klar... Der hat 4 bekommen... Cent fehlt auch! Cent fehlt! Die rotieren wieder back, oder was? Ja... Ja... Danke für die, danke für die, äh... Erinnerung, das hätte ich nicht gecheckt. Ähm, kann... Wollen wir da mit der Go machen? Ich hab, äh... Ulti... Ich würde lieber Incent töten. Geht! Go! Töte ich Incent einfach! Ich pushe Mitte dann einfach weg! Das ist, äh... Gut, Ulti ist raus! Ich, äh... Anti-pushe einfach Mitte! Ja, wir haben... Es hat ja mit Ulti... Guckt euch das an der Raster, Alter! Tower wegpushen, Leute! Tower wegpushen! Was mit Raster? Der stirbt durch zwei Waves, das ist so geil! Nächster... Nächster Snowballs tot, ne? Toter Cent! Ja, dann go! Ja, jetzt gleich, wenn ich die Nummer... Mitte fehlt alles wieder! Goat in Cent, Goat in Cent! Oh, ihr seid eh drin, okay! Pass auf, Mitte fehlt wieder alles, ne? Die Supporter sind... Wow! Richtig! Richtiges Braut! Goat Tower, ich... Lass mich nicht, wir uns go! Wir uns go! Oh! Richtiges Braut! Richtiges Braut! Ich hab grad geschlafen! Jetzt müssen doch fast dein... Deine Mighters sein, oder nicht? Gegen halt keine Arc Boots ist das Problem! Können wir halt keine Go-Vit-and-Go's machen! Die Arc Boots sind schon besser als die Face Boots! Für unser Line-Up zumindest! Ja, für unser Line-Up halt! Jetzt müssen wir halt mal fahren, wir müssen die Arc Boots kriegen! Äh, ich hab... Ich hab den Tower-Kill bekommen... ...und dadurch... Du bist auch nur noch 500 entfernt, oder? Ja! Okay, dann macht Matlock jetzt die... Last Hits! Bugtus! 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 Ist doch gut, ist doch gut! Ich sag's nochmal weil... Du sag's noch... Ich baub drum, ne? Hä? Denk dran an die Dings, wer ist nochmal! Ob... Ach, wenn du mühst! Auch den Kurier jetzt! Schade! Ah, du hast schon Fly-ing gemacht, okay... Minute 7, ja wäre cool... Ja, ich hab nicht mehr dran gedacht. Ich hätt dann... Ja. Pull gerade. Boah, hier ist Cent wieder. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, da traut sich ziemlich nah an. Die anderen zwei sind bottom. Er traut sich halt nah ran, weil er hohen Level hat. Ich geh jetzt mal lieber... Ich geh mal back. Ne, ich hab gerade bottom crowd also. Geh mal, schmack dir mal Bock, das ist ein Kill damit. Was? Ich brauch erstmal Arkans, wir brauchen erstmal Arkans. Du kannst, du hast doch schon Faceboots. Holt sich die ein oder soll ich sie zerstören? Zerstören? Äh, zerstören, zerstören, zerstören. Hier, gibt es mal eine... Okay, okay. Wohin? Ja, zur Ruhe. Die wurde gerade zerstört. Kann ich? Kann ich's schicken zuerst? Äh, mach. Dann mach ich jetzt meine Arkboots fertig und wir machen die nächste Rotation bottom. Dann sind wir da... Ja, hinter dem Face, wir machen bottom. So. Soll ich aggressiv rein? Du kannst uckers fliegen, ja. Ging out back. Ja, mit der Schießung. Ja, dann cleart die Creeps und dann tp ich. Ja, wenn sie kommen, dann kannst du tp'n, ansonsten bleibt... Ich hab auch Ulti. Nice, Ulti. Okay, ich glaube... Ja, nicht deine Abel. Sind die noch da? Nächste. Ja, die sind da, ich tp. Ihr könnt dann einfach auf den Raster kommen oder so, ich schicken. Ja, Gogo. Rolleinkauf hin. Seben im Raster nicht. Instant roll. Go. Schmeiß schon mal in Charge. 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 Ja, ja. Auch heute nur meine Spirks da wieder. Und das hat mir ja kaum hier gegeben. Oh, oh. Ja, lasst mir noch sterben. Knapp. Alles auf Cooldown. Überhalt End. Job. Die enemy's middle tower has fallen. Oh nein. Kann nicht tp'n, kann nicht tp'n. End. Hab ich glaub schon. Nicht zu weit rein chasen. Boah, was geht bei euch? Der hat keine Call, der hat keine Call, der packt. Oh, ich bin tot. Was hast du denn mit Facebook nicht einholen können? I don't get it. Weil der schnell ist. Weiß es auch nicht. Ich dachte echt kurz, ich komm ran. Weil ich so viel Wut gemacht hab. Und die Facebooks rausgelaufen. Dann war es so schnell wie ich. Busca ist halt ein langsames Stück Scheiße. Eigentlich nicht. Das ist ja das komische. Aber naja, hat man ja gesehen. Wollen wir dann bottom pushen? Ja. Okay, ich hab in 30 Sekunden. Hast du schon das Oils? Äh, ne. Aber ich hab Facebooks halt noch eingeschoben. Und Stick. Ja, ja. Verständlich. Achso, das Stick auch gewertet. Ja, ja. Klar. Ich hatte eh 3 Dings am Anfang gekauft. Kann jetzt Wurz kaufen. Achso, Wurz. Ich komme. Ja, einfach Ball auf dem Wasser, ne. Ja, auf den, echt, auf den Decay. What? Echt? Wir sind zu viert hier. Kann jederzeit Ulti schicken wieder. Ihr töntet die. Hab ich missklickt? Ja, wir haben grad keine Eis. Wie, wie, wie. Wieso wurde der? Ich hab auf den Creep geklickt. Besser ist. Ja, war gut. Hast du Ulti? Auf der Upper? Ja, wir müssen erstmal noch die Ulti. Jetzt hab ich. Die kommen alle Mitte, ne? Die kommen alle Mitte, ne? Damit wir den Slow haben, der halt ultra stark ist. Ja, ja. Plus die Magie Resi. Die jeden runter geht. Cent fehlt oben, Cent fehlt oben. Der könnte zu euch kommen. Okay, ich bin, ich bin hier. Ja, die sind zu viert. Ich bin hier Invis, ne? Also ich kann auch mal gucken. Ja, glaub, wir müssen mal an den Tower pushen. Wir müssen mal da hinkommen. Puck ist Mitte. Der hat auch keinen TP. Puck hat keinen TP. Also wäre jetzt unsere, unsere Möglichkeit zum Gaunt. In der Mitte ist Puck gekommen, ja. Also jetzt. Und der hat keinen TP. Wir haben grad gepult. Nice, nice, nice. Roll einfach drauf. Hier, gib die Vision auf den Raster. Roll auf den Raster. Kommt einen TP. Ich will wirklich einen Raster. Scheißegal. Mach doch Eis, Schatz. Ja. Eis. Jetzt muss ich männlich da drinnen stehen. Boah, ich hab's noch rausbekommen, ey. Schieß, 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 schieß. Ja, DK auch noch. Da ist er. Ich hab's noch rausgekommen. Einfach rechts klicken. Ah, fuck. Marna, Marna-Jungs, Marna. Ja, komm, 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 komm. Jetzt. Übrigens, das hat jetzt doch geklappt. Ich kann euch gleich erst healn. Ich brauch, ja, hier, wie gesagt. Ich geh noch auf Urn eben. Nee, ich mach die Urn. Okay. Äh, wir sollten jetzt wieder back. Du hast kein Ulti, ne? Nein, geht rein, schick Ulti. Du schickst Ulti, ja, dann geh ich. Also aber auf die Coil auf, ne? Wenn irgendwas getroffen wird, roll ich rein. Wenn die Ulti nichts trifft, dann sollten wir... Obwohl, wir können immer noch ein bisschen pressure. Wir können schon noch, mit den Trends, keine Sorge. Wir kommen ja im Tower ohne Probleme. Sehr schön, wie du die Creeps pullst, das ist... ...weckt. Gleich alle raus. Ach, wir haben sonst keine Akkus, ne? Ja, weg. Ich hätte nämlich kein Stun. Gib dem auch schon noch Waves, die unterstehen, damit wir sie nicht so ne... Ja. Auf was für ein Item soll ich gehen? Wieso? Jesu doch nicht. Sondern? Wieso? BKB? Noch braucht er, noch braucht er kein BKB. Pfff, oder? Schau dir mal an, was der alles fressen wird demnächst. Oh, der BKB. Also alleine, der könnten... Wen sie wirklich klicken würden mit allen Spells, kippt der jensten drum. Ich baue mal... Ich baue mal Shivas, glaube ich, nach dem... Aber ihr seid nicht da, ne? Ich Shivas bauen nach dem... nach dem Jules, oder BKB? Aber natürlich. Können wir dir mal Disable noch? Ach so, vielleicht hab ich die einzigen Disable. Wir haben ne Double Damage, soll ich die nehmen? Ne, will ich haben. Ne, aber ich brauche... Ich brauche trotzdem die Rude. Ja, smoke hier rüber hinten an den Zent. Boah, aber ich hab bei Jules noch nicht. Irgendjemand lässt sich nen Ogre Club bringen. Äh... Ah, ja. So viel dazu. Gib ihm Shards. Oh, nice. Ja. Egal, back, 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 das ist zu viel. Oh. Das geht noch, das geht noch. Der hat sonst nix mehr, um davon zu kommen. Okay. Fighting must happen. Der Silence war gut. Geht raus. Ne, den krieg ich doch. Raus, raus, raus. Oh fuck. Jonas, what the fuck. Ah. Raus jetzt. Scheiße, Jungs. Hätte ich mal Jules gehabt, die hättest du überlebt. Wärst du da nicht reingeteilt wie ein Verrückter? Ja, aber du weißt doch, dort Spieler suchen immer nach der einfachen Ausrede. Ja. Also sag ich, hätte ich mal Jules gehabt, hättest du überlebt. Oh, jetzt übrigens Shivas habe ich entschlossen. Bock auf Shivas. Ich geh und ein paar Muffins, kein Problem. Ja, ja, nimm ruhig. Ich brauche eh nicht viel. Oh, den Creep nehm ich. Hättest du mal lieber den gehörert. Hättest du den auch ausgeholt, als du den klauen wolltest. Ich hab schon auch ausgeholt. Ich hab schon ausgeholt. Die Eisfahrts. Denk dran, der Cent hat ziemlich sicher einen Läger. Der Cent hat keinen Läger, der Cent hat keinen Läger. Ja, kein Läger. Lass uns trotzdem... Puck auf, ne? Was? Ja, pack halt Mitte vergewaltigt. Was läuft? Ja, wir brauchen euch Mitte der Läger. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Und Push. Push just happened. Ich hab auch immer noch ne Stifel weg, dass der Ultiradius größer ist. Ich hab immer deine Stifel aus. Achso. Soll ich... Ich nehm mir hier die Rack einfach. Ja, nehm mir. Ich hab noch ne DD in der Bottle. Ja, ja. Sollte sich demnächst selbst aktivieren. Wollen wir einfach Mitte... Ja, wir können schon noch drauf gehen. Okay. Hab die DD ein. Mach einfach mal Oils auf irgendwen und dann killst du den direkt hinterher. Okay. Oh oh. Boom hinten mit dem Bellen. Dann sofort silenced. Wie war das? Weiter, weiter, weiter. Hahahaha. Der Idiot. Der kann gar nix. Das war übrigens der leichteste Snowball meines Lebens. Mit 40 HP. Weiter auf den Power auf dem Tower, Jonas. Ja, aber wir haben Backdoor Protection. Haben sie nicht. Da oben ist der Tower dann. Da steht einfach... Aha. Na ja, so hört ihr gleich auf. Wollte grad sagen. Die Technik kannte ich ja noch nicht. Komm back to me, come back to me. Da steht einfach nicht. Denkt dran bald. Nächstes brauchen wir direkt einen Buybacks für sowas noch frei halten. Noch. Also ich mein, der Fight ist super gelaufen am Ende. Aber wir haben das 12 gegen die Tower. Nein. Ich bin zurück. Ich hab keine Mahler. Oh fuck. Buchlos. Du kriegst keine Run mehr. Wow. Okay. Okay. Erstmal full retard gehen. Wow. Ich muss mal kurz zum Psycho-Shop kommen. Wir haben ja gerade alle Tower von denen weggenommen. Was geht? Wir machen jetzt die Top durch. Gib mir meine Urn bitte. Nein. Ich will die letzte Urn nicht einfach so hergeben. Gib dir was Buchlos. Danke. Ich bin ein guter Support. Der letzte Charger kann man nicht einfach so abtreten. Ja, ich weiß. Lass uns Roche machen. Ja, das können wir machen. Hä, wir brauchen ein Ulti dafür, um eine Roche zu fangen. Nö. Hier hat der... Er hat die K. Ja, go. Das geht nicht mehr. Könnt ihr abbrechen? Nein. Nein. Ich roll jetzt da rein. Okay. Dann lass es nicht so ewig rollen. Nö. Wenn es halt schon klar, dass es ein schlechter Roll ist, dann macht ihn halt sofort. Was bringt es dann? Ja, damit wir wenigstens nicht komplett in 5 Sekunden lang vorbereitet die Gegner springen, sondern erst in 2 Sekunden vorbereitet die Gegner. Das macht schon... Ich bin noch dahinter, wenn ihr kommen wollt. Ja, ich bin dabei. Fighten wir das. Wir fighten das. Wir fighten das. Wir fighten das. Ich hab in 3 Sekunden Ulti. Wir fighten das. Oh, ich werd halt gestunt. Okay, egal. Egal. Ja, der, also... Ja, Junge, dann musst du halt einfach sagen, ja, okay, dann rollen wir jetzt. Aber wenn's eh klar ist, dass du... Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dann warten wir ewig. Weil das macht's nur schlimmer. BKB, DK... Und deswegen brauchst du BKB. BKB, DK? Das war doch der Safe Lane Carry. Der hat ja sonst keine Items. Naja, deswegen ja. Ja, wir müssen halt einfach Roche... Wir hätten eine Roche holen sollen. Die waren... Wie kriegen wir denn Roche, oder? Mit Triance. Einfach draufhauen. Mit Triance, Trilling Touch und Coldfeed. Also das ist relativ easy. Hast du schon Dings noch? Ja, super. Das haben wir nämlich zum Scouten noch ein richtig gutes Tool, damit Buktu seinen Snowball hinkriegt. Und vergiss nicht, dass Sigil den Fights, wenn's geht. Ja, das ist... Sigil das beste Leben. Alter, ich meine... Sigil zusammen mit meinem Shivas, das gleich fertig ist, wird richtig wichtig. Profit, kannst du kommen? Ja, ja. Aber ich hab noch cool den Affiliations. Ja, 10 Sekunden. Dann pushe ich so lange Mitte aus. Oder du machst das. Machst du das? Ich höre noch meinen Mystic Stuff ab. Gehen wir jetzt da drauf, oder wat? Wir machen gleich Roche, wenn der Profit da ist, die Trends beschwört. Ganz kurz, ich geh noch kurz die Ward snacken. Okay, ich snack die Ward nachher. Aber du schickst gerade die Trends raus. Hey, du hast die anderen Trends jetzt auch noch weggeschickt. Ups. Loll. My crew. Soll ich das nehmen? Wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich hab dann kein TP mehr. Ach, nimm das mal irgendjemand anderes. Dürfte ich schon um zur Seite bewegen, um die Trends durch können. Ja, aber ich komm nicht weg. Ich will das irgendwie nicht nehmen. Okay, danach abwenden durch die Mitte. Doch, ich nehm's. Aber gleich. Ey, du Arsch. Ey, ich hab... Was ist das denn mit Aktion? Ich hab doch... Ich hab doch... Das Ding ist, ich brauch... Ich brauch mein Chivas. Das ist im Chicken. Dann hätte ich Slot dafür gehabt. Deswegen sag ich, ich nehm's. Ab durch die Mitte. Einfach nur. Jonas macht die Kriegswerte und wir schauen, ob wir ein Outair kriegen. Ich würd erst mal sagen, ich schau, dass ich diese Ward hier die wurde. Jetzt mal bitte den Kurier recrown. Gleich. Okay. Wenn ich meinen Chivas habe. Danke. Okay, da oben bin ich. Okay, da oben bin ich. Wir fighten die kaputt. Wir fighten die kaputt. Der Kurier. Guck los. Roll rein. Profit, wir brauchen nicht sofort. Ich bin da. Ähm, ich brauch nur Creeps. Ich brauch nur Creeps. Get wrecked. Ach, immer sterb ich. Ja, du bist halt squishy. Noob noob. Wenn ich jetzt gestorben wäre, Felix hätte ich so geflägt. Für? Dafür, dass ich das Aegis nicht gehabt habe. Ja, gut. Ja. Bist halt schon auch irgendwo sehr schuld, wenn du dich so langsam organisierst. Ich kann mich nicht organisieren. Ich brauchte das Roche. Echt mal. Weil ich brauch das Roche Gold für mein Chivas. Ich hab's dann sofort bringen lassen. Und dann hätte ich's gehabt. Aber ich hab auch noch extra. Deswegen hab ich gesagt, ich nehme es. Ja, ich weiß wie die Situation war. Es ist schon berechtigt, dass du tatsächlich Aegis verlängern brauchst. Lötet die mal. Sehr gut. Ja, wo seid ihr? Wir schaffen die's. Komm gleich. Schockern. Wenn ich 2 Sekunden! Mein Prinz würde in meinemifer oder ich hätte auf diesen容易... three Sekunden zwei Sekunden 없이 ja im橋. Welches die alles entrika IS territory. Würdest du nicht in meinen Vorstellen stühren? Mannlieke? Un Brighter Transparen AAA wash. Wiesoquote? Wappe ich is channeling an! Ach ja mal einkaufen. OK! Oh Leute! WOHL das hier nochmal vor geht, ich wollte nur die Krieg Lars konnton mit klienten der städte nachdem ich erfolgt die drohte umgekippt ja wie gesagt ich habe nicht damit gerechnet das sind aber vorkommen so er hat mich es ist der bestätigte und erledigt die respawn ja das war der Anteil zur Abwehr an Profit macht für uns Bordensplit pushen an Bühne stattdessen wir gehen die Wortmeldung Bugtus, bleib mal hier in den Bottom Jungle und farm den ab mit uns. Ich hab keinen Mana. Deswegen haben wir Arc Boots und das ist übrigens genug Mana. Und deswegen droppt ihr die Arc Boots, wenn ich nicht dabei bin. Ja, wie gesagt, wir fahren ja erst den gesamten Jungle ab und dann gehen wir in die Bottom Lane. Ich weiß nicht. Ach, Bugtus. Ich bin da kein Freund von. Und was? Von sinnvollem Movement? Ja, richtig. Was ist wieder los? So wenig Liebe für sowas. Nee, dazu bringen ist ne Ward gerade. Ja, ja, wenn wir den angehen kriegen wir den. Warum sind wir eigentlich gerade wieder im No-Fun-Mode? Ich hab total... Ich hab viel Spaß, ich hab viel Spaß. Nur weil wir in Series das Game zu Ende bringen, heißt das nicht, dass wir immer noch nicht einen reinen Bugtusk haben, der hier reinrollt. Yes. Hm. Hoff ich den Lass. Meine Warden. Natürlich, mein Lieber. Kann in 8 Sekunden wiederkommen. Ja, dann ist das gutes Timing, schick einfach die Trends rein und wir gucken, wie wir mit dem Profit-Multi erreichen. Die haben keine Glyphel, wir werden Rexes bekommen. Ja, ja. Also einfach ganz gechillt warten und dann, wenn's geht, 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 wenn's geht. Ich hab' keinen Bock auf Mikro. Ich auch nicht. Warten wir jetzt auf... Go, 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 Jonas, go. Ja. Wir sind verteilt. Oh, look at it go! Ja, herr ist mein Mist. Oh, die Humanität! Oh, die Humanität! Das ist super! Oh, oh! Oh, sorry! Jawoll! Hier, die sind noch gestandter drin. Na, okay, lass es, lass es. Komm nicht gut ran. Komm nicht gut ran. Wuktus kommt ran! Aber ist... zu weit drin. Nein! Überleb, Jogel, überleb! Du musst einfach nur einen gegen euch... Ah! Wuh! Wuktusk! Wuh! Wir hätten jetzt fast die ganze Saison Wuktusk spielen können wollen! Danke, Cake, für den, äh, Daniel-Arbeit, das war sehr... Huchen mal wieder, mal wieder Lifesaver. Huchen sehr solide, auf jeden Fall. 7, 0, 16, irgendeine Idee. Du hättest ruhig mal sterben können, um uns nicht so schlecht dastehen zu lassen. Arsch! So! Ich verabschiede noch alle Viewer. Bis zur nächsten Saison. Das war der letzte Spieltag. Der letzte mit mir übrigens. Der letzte mit Felix. Alter, ich habe jetzt gerade 4 Worte im Deutschlandspiel verpasst. Alter, wirklich? Deutschland spielt? Entschuldigung, wenn ich nicht lange sage. Bis nächste Saison. Ciao!